Haben Sie Doris Ruth Owens ermordet? Nein. Wieso stehen Sie dann heute hier vor Gericht? Weil ich es so wollte. Ein Enthüllungsreporter auf der Jagd nach der ultimativen Story. Staatsanwalt Mark Hunter fälscht forensische Beweise, um Mordprozesse zu gewinnen. Ein Staatsanwalt mit einer blütenreinen Weste. Wir bringen die Bösen hinter Schloss und Riegel, das machen wir. Er hat auf Sie geschossen. Dreimal. Eine junge Staatsanwältin steht zwischen den beiden. Du bist ein richtig guter Reporter. Du hast gesagt, du hast eine sehr gute Idee. Mach was draus. Doch nun kann sie nicht sagen, wo die Wahrheit endet. Es kann sein, dass du Dinge hören wirst. Was für Dinge? Nicht unbedingt gute Dinge. Hoffentlich beeinflusst ihr Privatleben ihre Arbeit nicht zu sehr. Und die Lügen beginnen. Du steckst in Schwierigkeiten. Irgendwas verheimlichst du mir. Vertrau mir. Ich recherchiere seit einer Weile gegen den Staatsanwalt. Haben Sie irgendeinen Beweis? Denkst du, wir werden verladen? Das können wir nicht zulassen, nicht wahr? Ich flehe dich an, versuche es selbst rauszufinden. Ermittler auf eigene Faust. Ich will, dass alle erfahren, was für ein Schwein sie sind. Ich sperre die Bösen hinter Schloss und Riegel. Bitte, du bist meine letzte Hoffnung. Sie wissen doch, dass man hier die Telefone überwacht, oder nicht? Gegen jeden Zweifel.